Twisted Love von LJ Shen Es lesen Lara Lebon und Hannah Hauenschild Prolog Bevor ich beginne, sollte ich vermutlich eines klarstellen. Meine Geschichte nimmt kein glückliches Ende. Sie kann und wird keines haben, ganz egal, wie stattlich und attraktiv oder reich und faszinierend mein Märchenprinz auch sein mag. Und er besaß alle diese Eigenschaften. Oh ja, und noch so viele mehr. Das Problem war nur, dass er nicht wirklich der Meine war. Er gehörte meiner Schwester. Allerdings gibt es da etwas, das ihr wissen solltet, bevor ihr mich verurteilt. Ich habe ihn als Erste gesehen. Ihn als Erste begehrt. Ihn als Erste geliebt. Das alles spielte keine Rolle, als Dean Ruckus Cole meine Schwester an dem Tag, an dem Vicious ihren Spind aufbrach, vor meinen Augen küsste. Das Dumme an solchen Situationen ist, dass man nie wissen kann, ob sie einen Anfang oder ein Ende symbolisieren. Der Fluss des Lebens gerät ins Stocken und man ist gezwungen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und die Realität ist zum Kotzen. Glaubt mir, das weiß ich aus eigener, bitterer Erfahrung. Das Leben ist nun mal nicht fair. Das erklärte mein Vater ohne Umschweife, als ich nach meinem 16. Geburtstag anfangen wollte, mit Jungs auszugehen. Kommt gar nicht in Frage, lautete seine entschiedene Antwort. Warum nicht? Mein Augenlid zuckte, so verärgert war ich. Millie durfte das auch ab 16. Es war die Wahrheit. Als wir noch in Virginia lebten, hatte sie vier Dates mit Eric, dem Sohn unseres Postboten, gehabt. Mein Vater stieß ein Schnauben aus und drohte mir mit dem Finger. Netter Versuch. Du bist nicht wie deine Schwester. Was soll das heißen? Das weißt du ganz genau. Nein, weiß ich nicht. Klar wusste ich es. Das heißt, dass du etwas an dir hast, das ihr fehlt. Das ist nicht gerecht, aber das Leben ist nun mal nicht fair. Es gab da noch etwas, das ich nicht widerlegen konnte. Mein Vater sagte, ich zöge die falsche Art von Jungen an, aber das war, als würde man einen mit Nägeln gespickten Erdklumpen mit Zuckerguss überziehen. Ich verstand, was er mir untergründlich zum Vorwurf machte, vor allem, da ich immer seine kleine Prinzessin gewesen war, sein Rosy-Mäuschen, sein Augenstern. Ich zog die Blicke auf mich, wenn auch nicht vorsätzlich. Manchmal war das sogar eher eine Belastung. Ich hatte dichte Wimpern, wallendes, karamellfarbenes Haar, lange, alabasterfarbene Beine und volle, sinnliche Lippen. Alles andere an mir war zierlich und kurvig zugleich. Verziert mit einer roten Satin-Schleife und mit einem sirenenhaften Gesichtsausdruck, den ich nicht ablegen konnte, egal wie sehr ich mich bemühte. Ich erregte Aufsehen, der guten Art, der schlimmsten Art, verdammt, jeder Art. Es kämen noch andere Jungs, versuchte ich mir einzureden, als Deans und Emilias Lippen sich trafen und mein Herz in meiner Brust verdorrte. Aber ich hatte nur diese eine Schwester. Abgesehen davon verdiente sie es. Sie verdiente ihn. Meine Eltern schenkten mir jeden Tag Aufmerksamkeit. Ich hatte viele Freunde in der Schule und haufenweise Verehrer. Alle beachteten mich, während niemand Millie eines Blickes würdigte. Das war nicht meine Schuld. Trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen. Meine ältere Schwester musste sowohl mit meiner Krankheit klarkommen, als auch mit meiner Beliebtheit. Sie war eine einzelgängerische Jugendliche, die sich hinter ihren Leinwänden und Farben versteckte. Immer zu still und verschlossen, übermittelte sie ihre Botschaft durch ihre merkwürdigen, exzentrischen Klamotten. Bei genauerem Nachdenken war es so das Beste. An dem Tag, als ich Dean Cole zwischen Trigonometrie und englischer Literatur das erste Mal im Schulflur bemerkte, wusste ich sofort, dass er mehr für mich war als nur ein Highschool-Schwarm. Wenn ich mit ihm zusammenkäme, würde ich ihn nicht mehr loslassen. Und das allein war schon ein gefährlicher Gedanke, mit dem ich nicht spielen durfte. Weil meine Zeit schneller ablief. Ich war von Geburt an nicht so wie die anderen. Ich hatte eine Krankheit. Manchmal hatte ich sie im Griff. Und manchmal sie mich. Jedermanns Lieblingsrose wägt dahin. Aber keine Blume möchte vor alle Augen vergehen. Ja, es ist besser, so entschied ich, als ihre Lippen auf seinen lagen, wobei er mich ansah und die Realität ein kompliziertes, schmerzhaftes Etwas wurde, vor dem ich verzweifelt davonrennen wollte. Und so schaute ich von meinem Logenplatz aus zu, wie meine Schwester und der einzige Junge, der meinen Puls in die Höhe schnellen ließ, sich ineinander verliebten. Meine Blütenblätter fielen eines nach dem anderen von mir ab. Doch obwohl ich wusste, dass meine Geschichte nicht mit »Sie lebten vergnügt bis ein ihr seliges Ende« schließen würde, konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, ob wir hätten glücklich werden können. Es sei auch nur für eine Weile. Der Sommer, in dem ich siebzehn wurde, war übel, aber nichts bereitete mich auf sein verficktes großes Finale vor. Das Unheil war vorprogrammiert, alle Zeichen standen auf Sturm. Ich konnte nicht eingrenzen, aus welcher Richtung er kommen würde, aber so, wie ich mein Leben kannte, rechnete ich mit einem Tiefschlag, der mich direkt in die Hölle katapultierte. Am Ende lief alles auf einen einzigen, unbesonnenen Filmklischee-Moment hinaus. Ein paar Bud Lights und schludrig gedrehte Joints einige Wochen vor Ende des Schuljahres. Wir lagen an Vicious nierenförmigen Pool und tranken das Schale Bier seines Vaters, weil wir wussten, dass wir uns unter Baron Spencer Seniors Dach alles erlauben durften. Um uns herum tummelten sich Mädchen. Sie waren high. So kurz vor den Sommerferien gab es nicht viel, was man in Todos, Santos, Kalifornien anstellen konnte. Es war glühend heiß, die Luft drückend, die Sonne grell, das Gras gelb und die Jugend gelangweilt von ihrer Problem- und bedeutungslosen Existenz. Wir waren zu träge, um uns auf die Jagd nach einem billigen Nervenkitzel zu machen. Darum hielten wir passiv danach Ausschau. Während wir auf Luftmatratzen in Form von Donuts und Flamingos faul im Pool trieben oder auf aus Italien importierten Sonnenliegen lümmelten. Vicious Eltern waren nicht zu Hause. Waren sie das je? Und alle zählten darauf, dass ich Stoff dabei hatte. Auf mich war wie immer Verlass. Ich hatte haschisch und pulverisiertes Ecstasy mitgebracht, das sie gierig inhalierten, ohne sich auch nur zu bedanken, gespeige denn mich zu bezahlen. Sie hielten mich für einen reichen Kiffer, der Geld in etwa so dringend brauchte, wie Pamela Anderson eine größere Oberweite, womit sie nicht ganz Unrecht hatten. Und da ich mich mit Kleingeld sowieso nicht herumplagte, ließ ich es ihnen durchgehen. Eins der Mädchen, eine Blondine namens Georgia, gab mit ihrer neuen Sofortbildkamera an, die ihr Vater ihr während ihres letzten Urlaubs in Palm Springs gekauft hatte. Sie stellte ihre Reize in einem winzigen roten Bikini zur Schau, während sie Fotos von uns Jungs, Jamie, Vicious, Trent und mir knipste, die sie sich anschließend druckfrisch zwischen die Zähne klemmte und uns von Mund zu Mund überreichte. Ihre Brüste quollen aus ihrem Bikini-Oberteil wie Zahnpasta aus einer vollen Tube. Ich wollte meinen Schwanz zwischen ihnen reiben und wusste mit hundertprozentiger Sicherheit, dass ich es spätestens bis zum Abend getan haben würde. Vielen Dank.